Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz Powered by Diversity Ball. Drei Brüder, ein Hörender, ein Schwerhöriger und ein Gehörloser sitzen im Kinderzimmer. Daraufhin sagt der Hörende, hey warte, ich höre da einen riesigen Lärm in Mama und Papa ihrem Zimmer. Er geht rüber und schaut durchs Schlüsselloch. Und dann ist er ganz schockiert und sagt, wow, der Papa, der haut die Mama wie ein Wilder. Daraufhin sagt der Schwerhörige, das glaube ich nicht. Er schaut selbst durchs Schlüsselloch und sagt, genau umgekehrt, die Mama verhaut den Papa. Daraufhin sagt der Kleinste, ich will auch schauen. Da hebt ihn der mit der große Bruder hoch, sodass er auch durchs Schlüsselloch schauen kann. Und plötzlich fängt er furchtbar zu weinen an. Daraufhin fragen seine Brüder, was ist los? Und er sagt, ich will auch ein Eis wie die Mama. Der Montagswitz Das Mal heitert f branchiert, das ist los.